Liebe Interessierte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des analogen Lernspiels, ganz kurz noch mal zu mir. Es stand da schon ein bisschen was im Exposé auch drin. Mein Name ist Stefan Hildebrandt, ich bin verheiratet, habe vier Kinder, unterrichte an einer Schule mit besonderen Herausforderungen in Leipzig, die Fächer Geschichte, Religion, Mathe, Informatik und Brettspielunterricht. Bei uns an der Schule gibt es tatsächlich wirklich richtig Brettspielunterricht. Im Wahlpflichtbereich der Klasse 9 mit Pflicht, Besuchspflicht sozusagen. Das ist wirklich großartig. Des Weiteren gebe ich AGs Workshops, Weiterbildung zu diesem Thema und bin bei Instagram und YouTube als BoardGameTeacher aktiv. In Kooperation mit verschiedenen Universitäten veröffentliche ich auf dem Blog BoardGameHistorian, der morgen auch den Research Day organisiert. Herzliche Einladung dazu noch mal, lieber Lukas, liebe Anna, schön, dass ihr da seid. Veröffentliche ich dort in regelmäßigen Abständen Beiträge rund um das Thema Brettspiele und Schule und Brettspiele und Geschichte. Ihr seht, mir wird es eigentlich nie langweilig. Ganz kurze Anmerkung. Die im Vortrag genannten Spiele stehen in keinem Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Rezensent und Brettspielblogger, sondern dienen lediglich der Veranschaulichung des Vortrags. Gut. Ich möchte mit euch heute einen Ausflug ins Paradies unternehmen. In eine Schule, in der an jeder Ecke gespielt wird. Früher haben mich sowohl Kollegen als auch Schüler total schief angeguckt, wenn ich mit einem Stapel Spiele durchs Schulhaus laufe, sowohl die Schüler und Schüler, also Schülerinnen und Schüler, als auch meine Kollegen angelaufen kommen und fragen, Mensch, was haben sie denn wieder dabei? Was ist denn das? Können wir das mal sehen? Es sieht total spannend aus. Und genau das wäre schön, wenn wir das schaffen. Dieser Prozess, der war sehr langwierig, hat sehr viel Kraft gekostet. Ich musste gegen Widerstände kämpfen, sowohl bei meinen Kollegen, bei den Schülern als auch bei der Schulleitung. Deswegen möchte ich im Laufe des Vortrags immer wieder Argumente sammeln, mit denen ihr dann den Einsatz von Brettspielen im Unterricht begründen könnt, falls euch jemand darauf anspricht. Gleichzeitig möchte ich euch ermutigen, so viel wie möglich im Unterricht Brettspiele als Lernspiele auszupacken. Eigentlich wollte ich euch als vollständiger digitaler Lehrer digital mit einbinden und über Umfragen, Live-Umfragen, Stimmungsbilder, Meinungen, Rückmeldungen einholen. Ich habe mich vorher mit dem Friedhelm Merz Verlag in Verbindung gesetzt und die meinten, naja, lass das mal lieber. Wir können nicht garantieren, dass jeder auf seinen WLAN zugreifen kann oder auf seine mobilen Daten. Fühlt man sich doch gleich wie in der Schule, oder? Also, ja, kann man nichts machen. Da aber ein Vortrag mit Alles schläft und einer spricht überhaupt nicht meinen Ansprüchen erfüllt, möchte ich euch auf eine andere Art und Weise mit einbinden. Kennt ihr die Methode Blitzlicht? Ja, ich nenne ein Thema und ihr sagt sofort einzeln und nacheinander den ersten Begriff, der euch dazu einfällt. Ja, es sind glaube ich zu viele Leute dafür. Dann müssen wir das Ganze etwas anders machen und zwar schlage ich die Methode Donnerwetter vor. Funktioniert genauso, nur gleichzeitig und akustisch. Das heißt, ich nenne einen Begriff und ihr macht sofort das erste Geräusch, was euch dazu einfällt. Ihr könnt klatschen, stampfen, pfeifen, johlen, grölen, irgendwas, was euch macht. Versuchen wir das mal. Versetzt euch doch bitte mal in eure Schulzeit zurück. Ihr als Schülerinnen und Schüler, ihr sitzt auf der Schulbank. Heute sind die meisten von euch wahrscheinlich Lehrerinnen und Lehrer und haben eine andere Einstellung zu den Themen, aber ihr damals in der Schule. Ihr bekommt eine Aufgabe zu Kurvendiskussion. Ah, okay. Spannend, spannend, spannend. Wie wärs mit Erörterung? Oh, das ist schon gemisch. Der Mathe ist nicht so beliebt. Ich merke das schon. Okay, Gedichtinterpretation. Cool. Nochmal. Ihr in der Schule. Versetzt euch zurück, wo ihr in der Schule gewesen seid. Brettspiele. Hä? Ja, genau. Hä? Das ist genau die Reaktion, die ich erwartet habe. Hä? Habt ihr damals in der Schule Brettspiele gespielt? Wirklich? Also ich bin noch nicht so alt und noch nicht so lange aus der Schule raus und bei mir kam das nie vor. Nie. Schach? Okay, Schach vielleicht. Schach AG. Okay, aber Schach ist ein Argument. Gebe ich dir recht. Aber so ansonsten, so wie wir das heute kennen, so Katan oder Puerto Rico oder so, wahrscheinlich eher weniger. Okay, dann nochmal. Ihr im Jetzt und Heute, ihr dürft mit euren Schülern Brettspiele spielen. Das wollte ich hören. Perfekt. Ihr sollt mit euren Schülern spielend die Welt entdecken. Spielend entdeckendes Lernen. Was ist das eigentlich? In die Schule geht man zum Lernen. So weit, so klar. Aber spielen? Spielend entdeckendes Lernen ist an das Prinzip des forschend entdeckendes Lernen angelehnt. Forschend entdeckendes Lernen ist ein Unterrichtsprinzip aus dem Bereich des offenen Unterrichts, bei dem die Schülerinnen und Schüler unter einer besonderen Fragestellung ein Problem ergründen und lösen. Zentraler Aspekt dabei ist die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler. Sich selbst mit einer Fragestellung zu beschäftigen, ist genauso wichtig wie den Weg dahin zu ebnen. Klingt für mich nach ziemlich viel Stress. Manchmal ist der Weg auch sehr steinig. Spielen dagegen gehört seit Tausenden zum allgemeinen Kulturgut. Beim Spielen lernen Kinder und Jugendliche den Umgang mit sich selbst, ihrem Umfeld und der Welt. Spielen impliziert manchmal auch ein Vertreib von Langeweile. Wie oft rutscht Eltern der Satz raus, ich habe gerade absolut keine Zeit. Geh spielen. Auch als Vater von vier Kindern kann ich das sehr gut nachvollziehen, ist aber eigentlich traurig. Ganz ehrlich, im Spiel kann man so viel lernen und ausprobieren. Oft merken Kinder gar nicht, weil sie wieder alles Neues gelernt haben. Kinder, die alleine oder in Gruppen spielen können, sind ausgeglichen und ruhen in sich selbst. Und diese Elemente gilt es mit in den Unterricht zu nehmen. Und dort sollt ihr mit Kindern und Jugendlichen zusammen spielend die Welt entdecken. Es ist ein langer Weg von was? Hä? Wir spielen? Spielen? Nee. Kein Bock. Überhaupt kein Bock. Brettspiele, das interessiert mich überhaupt nicht. Ihr kennt das vielleicht. Bis hin zu Freitag, siebte Stunde. Puerto Rico. Es klingelt. Wie was? Nein. Nee. Wir können jetzt nicht Schluss machen. Ich kann gerade sieben Mais auf meinem eigenen Schiff verschiffen. Wir müssen das jetzt zu Ende spielen. Und ihr bleibt so lange hier, bis sie fertig sein. Also nicht ich, die Schüler. Umgekehrt. Workshop-Teilnehmer, die zum ersten Mal in meinen normalen Regelunterricht kommen. Bei ihnen spielen wir doch immer, oder? Machen wir das jetzt auch? Hä? Wie? Sie können auch Unterricht machen? Mit Hefter und Lehrbuch? Ja, natürlich. Aber mit Fuadurico. Äh, Entschuldigt. Mit Heckmeck, weil das passt super dazu. Wo ich genau sagen kann, ja, gut beobachtet. Heckmeck passt wirklich gut dazu. Was ich sagen möchte. Scheut euch nicht, einfach Brettspiele zu spielen. Und falls ihr euch rechtfertigen müsst, dann sagt denjenigen, der euch anspricht, das. Unsere Schülerinnen und Schüler tragen neben ihrem eigenen Schulranzen noch einen ganz persönlichen Rucksack mit sich herum. Dieser ist oft gefüllt mit persönlichen Lebensumständen und Problemen. Doch was glaubt ihr, wie leicht so ein Rucksack für eine gewisse Zeit werden kann, wenn man da ein Gloomhaven reinpackt? Nun, würde Gloomhaven vielleicht manche Schüler überfordern, aber ich wollte nur auf das Gewicht hinaus. Aber ein Fuadurico, ein Heckmeck, Hornochsen, Sprechhexen, Tricks, Drecksau, Feixen, wie auch immer, kann es schon sein. Und der Rucksack wird für einige Zeit leichter werden. Ich erlebe es oft, dass nach dem Einsatz von Brettspielen im Unterricht Schülerinnen und Schüler zu mir kommen und mir rückmelden, dass sie gar nicht gemerkt haben, was sie wieder alles Neues gelernt haben. Oder sie sind erstaunt, wie viel sie gelernt haben, obwohl sie doch eigentlich nur gespielt haben, die ganze Stunde. Aber nochmal zurück zum Thema Rechtfertigung. Wollen wir nochmal ein bisschen sachlich werden. Das Berliner Modell der Unterrichtsvorbereitung sieht vor, dass der Unterricht aus Zielen, Inhalten, Methoden und Medien besteht. Bei welchem dieser vier Elemente ihr eure Unterrichtsvorbereitung beginnt, steht da nicht. Ihr könnt auch mit einem Brettspiel starten. Das Einzige, was zählt, ist, dass ihr am Ende ein vollständiges, stimmiges Gesamtpaket gebacken habt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat doch jeder Lehrer irgendwie sein Spezialgebiet. Der Musiklehrer läuft durch die Welt, hört Töne, Lieder, Musikstücke und überlegt, wie er sie in seinen Unterricht einbinden kann. Der Physiklehrer ist die ganze Zeit auf der Suche nach physikalischen Experimenten, die seinen Unterricht bereichern. Und wir als Brettagogen überlegen bei jedem Spiel, Moment, wie kann ich das in meinen Unterricht einbinden? Also zumindest geht es mir so. Wäre schön, wenn ihr vielleicht auch irgendwann genau dahin kommt. Und da sind wir doch gleich bei der richtigen Frage. Wie kann ich Brettspiele im Unterricht eigentlich einbinden? Ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Zu Brettspielen zählen übrigens auch Kartenspiele, Gesellschaftsspiele, Würfelspiele und so weiter. Es sind jetzt nicht Bedingungen, dass da unbedingt ein Brett dabei ist. Nur am Rande. Bevor ich zu dem Wie komme, möchte ich das Wo im Unterricht ein bisschen hervorheben. Ganz klar natürlich im Regelunterricht. Ganz normal in jeder in seinem Fach. Dann in Brettspielworkshops, Teambuilding-Maßnahmen, individuelle Förderung, Prüfungsvorbereitung, Vertretungsstunden oder vor den Ferien. Der Klassiker. Ihr seht, Brettspiele sind die Chameleons der Unterrichtsmaterialien. Sie passen sich der jeweiligen Situation an. Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Und diese Auflistung ist für mich total erfreuend, weil ich überall Brettspiele einsetzen kann, wo ich das möchte. In jeder Situation. Ist doch super, oder? Aber Vorsicht. Spielen ist Entspannung. Zumindest für uns. Bis ein Schüler dahin kommt, dass für ihn Spielen Entspannung ist. Das dauert ein bisschen. Das ist zuerst totaler Stress, weil da dieses Medium überhaupt nicht gewöhnt ist. Bei den wenigsten gehören Spiele zu Hause zum Alltag. Die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Genauso wie bei offenem Unterricht. Man kann auch nicht zur Tür reinkommen und plötzlich Wochenplanarbeit machen. Das funktioniert nicht. Da gehen die Schülerinnen und Schüler über Tische und Bänke. So wird ein Schultraus. Das muss man ganz behutsam einführen. Wie man das machen kann, das möchte ich euch zeigen. Also nicht gleich übertreiben, sondern so ganz langsam anfangen. Okay? Auf jeden Fall. Mindestens. Ich möchte zuerst auf den individuellen Förderbedarf eingehen und zum Schluss auf den normalen Regelunterricht eingehen. Der individuelle Förderbedarf ist dadurch gekennzeichnet, oder der individuelle Förderbereich ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Regel Kleingruppensituation oder am besten 1 zu 1 Situation vorliegen. Hier solltet ihr zunächst untersuchen, welcher Förderbedarf besteht. Ich habe stundenlang mit Schülerinnen und Schülern da gesessen und Karten gemischt. Nichts weiter gemacht als Karten gemischt. Ihr glaubt nicht, wie besser oder wie viel besser hinterher der Umgang mit Lineal, Stiften und Geo3 klappt. Einfach nur da sitzen, Karten mischen. Auf verschiedene Art und Weise. Wenn man da noch geschickt mischen kann und ein bisschen was vorzeigen kann, so mit irgendwie, ja, kann man steigen, habe gerade keine Karten, dann sind die Schüler total beeindruckt und wollen es auch unbedingt lernen. Also guter Bereich. Ja, im Bereich Sprache gibt es ganz viele Möglichkeiten, je nachdem welcher Förderbedarf bei euren Schülerinnen und Schülern besteht. Die Klassen werden immer heterogener Sprachförderbedarf. Es ist garantiert dabei. Und solche sauschönen, schmutzigen Schweinen, die in den Matsch hopsen wie in Drecksau, habt ihr noch nie irgendwo gesehen. Jeder Logopäde hätte seine Freunde daran. Übrigens auch gerade Monstersuppe von Schmidtspiele ist da auch sehr gut geeignet. Es gibt Schlangen und Spinnen und so weiter. Also immer wichtig, da zu sprechen. Vorsprechen, nachsprechen und so weiter. Jetzt sind wir keine Logopäden, aber ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist. Bei uns in Sachsen ist es so, dass wir als normale Pädagogen mit Reststunden Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf begleiten und auch Förderpläne schreiben in Kooperation mit Förderschulen und diesen dann sozusagen den Weg durch das Schuljahr ein bisschen erleichtern. Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, ist in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass man Kleingruppensituationen hat. So ist es zumindest bei uns. Und ich habe Schülerinnen und Schüler mit diagnostizierten Lernbehinderungen, die sich im Unterricht keine siebeneinhalb Minuten konzentrieren können. Durch das regelmäßige, wöchentliche Training, 90 Minuten mit Brettspielen konnte ich also erreichen, dass diese Konzentrationsspanne auf 10 bis 15 Minuten erhöht wird. Und das ist plötzlich ein Drittel der Stunde. Das ist total genial. Wenn die sich so lange konzentrieren können, was denkt ihr, wie das motiviert? Gute Erfahrungen habe ich mit dem Spiel Savannapark gesammelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man muss so Plättchen umsortieren und ich saß beim ersten Mal davor und dachte, mein Kopf explodiert. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt hier irgendwie zusammenpassen soll. Mit der Zeit geht das besser. Und den Schülerinnen und Schülern geht das ganz genauso. Bevor ich zu den anderen Bereichen komme, möchte ich euch noch kurz einen Geheimtipp mit auf den Weg geben, wie ihr Schülerinnen und Schüler an das Brettspielen im Unterricht heranführen könnt. Dabei ist es zunächst wichtig, das Brettspiel als Methode und Medium einzuführen. Da hat doch gleich einer den QR-Code gegoogelt oder abgescannt. Hab ich gehört. Spielt mit Ihnen ein Spiel, das alle gleichzeitig beschäftigt und ihr von vorne die Kontrolle habt. Das Spiel Second Chance ist dafür eine gute Variante. Ganz kurz, wer das nicht kennt, solltet ihr das unbedingt mal anschauen. Ihr habt einen 9x9-Raster, was Tetris-artig mit Formen gefüllt wird. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Ihr seht das hier vorne auf der Spielschachtel, welche Formen da möglich sind, von einzelnen Blöcken bis hin zu größeren Teilen. Was glaubt ihr, welche Emotionen ihr in diesem Moment freisetzt? Das geht von blanke Wut bis hin zu lautem Jubel, dass die Kollegen kommen und sagen, was macht ihr eigentlich? Warum habt ihr so viel Spaß? Je nachdem, welches Teil gerade kommt. Also schaut euch das unbedingt mal an. Das Gute ist, ihr habt von vorne die Kontrolle, die Schülerinnen und Schüler lernen, wie gehe ich mit so einem Spiel um. Ich muss mich an die Regeln halten, ich muss warten bis ich dran bin, ich decke immer zwei Karten auf, ich muss mich für eine entscheiden, die kann ich drehen, wenden, spiegeln und so weiter. Das ist wirklich... Ihr könnt den QR-Code gerne abscannen, so war es gedacht, aber vielleicht macht ihr euren Ton vorher aus. Das wäre großartig. Also, nur für die, die es noch nicht kannten. Möglich ist es auch, ein Regelvideo vorher zu machen oder auf ein fertiges zurückzugreifen, dann braucht ihr euch nicht als Erklärwerk selber vorne hinstellen. Ist nur eine Variante. Falls euch Second Chance zu langweilig wird, gibt es ganz viele andere Spiele, bei denen das auch geht, wie zum Beispiel Trails of Ducana, voll verplant oder auch der Kartograf, das wäre dann schon eher für die höheren Klassen, habe ich alles schon gemacht. Funktioniert wirklich wunderbar. Auf diese Art und Weise, wie gesagt, können Schüler und Schüler an die Einhaltung von Regeln gewöhnen und Brettspiele kennenlernen. Wenn ihr Brettspiele im Unterricht einsetzt, müsst ihr euch zunächst entscheiden, ob alle das gleiche Spiel spielen sollen oder ihr verschiedene Spiele anbietet. Brechen wir das mal herunter. Habt ihr eine themengleiche Gruppenarbeit oder eine themendifferente Gruppenarbeit? Ihr habt alle genug Erfahrung, um zu wissen, wie viel Stress Themen in differente Gruppenarbeiten sind. Ich empfehle euch, am Anfang zunächst alle das gleiche Spiel spielen zu lassen. Egal, ob das jetzt eins ist, was ihr von vorne kontrollieren könnt oder ob ihr fünf Hackmacks mitbringt und allererst mal Hackmacks spielen oder Falksen zum Beispiel, was hier vorne steht. Das könntet ihr auch einfach zu Hause nachbauen. Genau, dann könnt ihr euch auch daran gewöhnen, wie leite ich sowas an und müsst nicht von jeder Gruppe oder von Gruppe zu Gruppe gehen und dann immer die Regeln umswitchen. Das ist nämlich ziemlich anstrengend. Wenn man viel Erfahrung hat, ist das kein Problem, aber da muss man sich selber auch mal dran gewöhnen. Es ist alles ein Lernprozess. Okay, Vertretungsstunden beziehungsweise Stunden vor den Ferien. Ja, dazu brauche ich jetzt glaube ich nicht so viel zu sagen. Ihr seid in einer Klasse, die ihr nur flüchtig kennt und die ihr auch sonst nicht im Unterricht habt. Kann ja mal vorkommen. Die Standardfrage ist doch immer, können wir einen Film gucken, sofern eure Schule die technischen Voraussetzungen dafür bietet. Die Frage muss doch eigentlich lauten, welches Spiel spielen wir heute und nicht welchen Film oder können wir einen Film gucken, sondern ja welches Spiel spielen wir heute. Ich muss zugeben, ganz so weit ist es bei mir auch noch nicht. Wir sind jetzt so weit, dass wir abstimmen und es meist zugunsten des Spiels ausgeht. Da bin ich schon mal sehr glücklich drüber. Aber ganz so weit, das dauert noch ein bisschen. Ja, also es ist wichtig, auch in diesen Situationen nicht einfach den Film einzulegen, sondern vielleicht auch mal ein Brettspiel auszupacken. Prüfungsvorbereitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Brettspielangebots. Hier bieten sich vor allen Dingen thematische Spiele an, so wie Anno Domini, um das Geschichtsbewusstsein und das Datenbewusstsein zu festigen. Oder zum Beispiel auch ein Escape Room wie da unten. Gute Möglichkeiten bietet der Auer Verlag, der zahlreiche Hefte für verschiedene Fächer hat. Da könnt ihr dort gerne mal gucken. Das ist wirklich gut aufgearbeitet, sodass es einfach in Anführungsstrichen nur noch kopieren braucht und dann könnt ihr das im Unterricht wirklich gut einsetzen. Oder, wie ihr hier links seht, gibt es auch für den chemisch-biologischen Bereich aus dem Schwerkraftverlag zahlreiche Spiele, die sich wirklich gut dafür anbieten. Elemente, da geht es um das Periodensystem der Elemente. Genotyp wäre die Vererbungslehre, die menschliche Vererbungslehre, oder Zytose, die Abläufe in einer Zelle. Es ist, glaube ich, noch jetzt noch eins rausgekommen, Zellulose heißt das. Das habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Ja, mit Schülern, mit Schülerinnen und Schülern diese Spiele anzufangen. Also Elemente vielleicht, bei den anderen bräuchte ihr schon ein bisschen Erfahrung vorher. Sie können jetzt nicht anfangen damit, das zu spielen. Brettspielworkshops. Ich biete in meiner Schule Brettspielworkshops an, die über Drittmittel finanziert werden, also zusätzlich zum normalen Regelunterricht stattfinden, zumindest zu meinem normalen Stundenbudget. Aber die schon in der Unterrichtszeit angeboten werden und die auch Unterrichtszeit sind, für die Schülerinnen und Schüler statt Unterricht zu haben, kommen die halt drei Unterrichtsstunden zu mir und spielen Brettspiele. Das ist gut, zum Beispiel für die Ukrainer, die jetzt bei uns an der Schule sind, schon vor den Ferien, schon vor den Sommerferien haben wir damit angefangen. Die lernen zum Beispiel so ziemlich schnell Deutsch. Sie verstehen viel mehr. Beim Sprechen ist es manchmal noch ein bisschen schwierig. Da muss man sich nicht wundern, wenn man auf dem Gang begrüßt wird mit, ich spiele eine 4 oder ich würfle eine 3. Ja, das Vokabular ist manchmal noch ein bisschen beschränkt. Aber sie verstehen sehr, sehr viel. Das macht sehr viel Spaß. Je nachdem, welches Ziel ihr mit dem Brettspielworkshop verfolgt, könnt ihr unterschiedliche Spiele anbieten. Geht es eher darum, den Klassensusammenhalt zu stärken? Könntet ihr kooperative Spiele anbieten? Geht es darum, die Frustrationstoleranz zu trainieren? Könnt ihr, ich nenne sie sogenannte gastige Spiele anbieten, wo es darum geht, sich auch mal gegenseitig ein bisschen zu ärgern. Prinzipiell starte ich die Brettspielworkshops immer mit einem gemeinsamen Spiel, also Second Chance und Co., damit die Schülerinnen und Schüler auf den Workshop eingestimmt werden und ins Spielen hineinkommen. Kommen wir zum Einsatz im Regelunterricht. Vieles habe ich schon genannt, weil sie sich noch mal genauer ausführen möchte. Wichtig ist es, das Ganze gut vorzubereiten, damit keiner auf dem Schlauch steht und ihr wirklich sicher seid. Schlimm ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler merken, dass ihr unsicher seid. Ich meine, ihr seid gemeinsam auf dem Weg, aber trotzdem solltet ihr mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich habe hier ein kleines Schema mitgebracht, das auf garantiert nicht vollständig ist, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ein Spiel für eure Lerngruppe geeignet ist. Am Anfang wäre es gut, jeden Punkt einzeln durchzugehen. Irgendwann ist das ein automatisierter Vorgang. Ihr schaut das Brettspiel an und scannt sofort nach. Okay, welches Thema? Welche Altersgruppe? Wie viele können mitspielen? Muss ich Personen oder Spielpositionen doppelt besetzen? Und muss ich vielleicht Regeln anpassen? Muss ich Spielmaterial nachbauen, damit es im Unterricht einsetzbar ist? Ganz wichtig ist es, ein Brettspiel niemals als solches stehen zu lassen. Okay, bei Second Chains ist das vielleicht was anderes, aber wenn ich zum Beispiel Puerto Rico spiele oder Catan oder Kakason, wäre es günstig, das Ganze hinterher auch nochmal nachzuarbeiten. Brettspiele können in allen Unterrichtsphasen eingesetzt werden. Wichtig, ich sage es nochmal, ist es, dass ihr ein klares Ziel formuliert, warum ihr dieses Brettspiel einsetzt. Ein bisschen rechtfertigen muss man sich schon, warum man jetzt spielt. Ganz so einfach ist es nun, ganz so einfach ist es nun auch nicht. Mein persönliches Ziel ist es, das stand ja auch so in der Ankündigung drin, dass kein Schuljahr ohne die Vertiefung eines Unterrichtsgickenstandes durch ein Brettspiel durchgeführt wird. Das ist in Geschichte natürlich wesentlich leichter als in Mathe oder Informatik, aber mit ein bisschen Kreativität findet man garantiert das passende Spiel. Und meiner Meinung nach gibt es zu jedem Thema das passende Brettspiel, man muss es nur finden. Und dann kann man das auch wunderbar einsetzen. Wie geht man jetzt bei so einem Einsatz konkret vor? Ich möchte eine Methode vorschlagen, wie ihr euch inhaltlich so einem Brettspiel nähern könnt. Das ist natürlich jetzt eine andere Sache, wenn ihr regelmäßig Spiele spielt zum Zeitvertreib oder zur Übung, als wenn ihr das... Ja, mein Klassiker ist immer Puerto Rico, was man so normalerweise nicht im Unterricht spielt, weil es einfach auf Kennerspielniveau ist. Das sollte man schon anders vorgehen, als wenn ich ein Hackmack spiele zum Beispiel. Aber wenn ihr stellt euch vor, ihr würdet Puerto Rico im Unterricht einsetzen, schlage ich folgende schrittweise vor. Als erstes könntet ihr den Titel nennen. Worum geht's? Wo liegt Puerto Rico? Was ist das? Eine Insel? Und so weiter. Dann könnte man auch sich dazu belesen, wie die Insel entstanden ist und so weiter. Dann könntet ihr das Cover präsentieren. Was ist da drauf? Welche Rückschlüsse kann man von dem Cover auf das Spiel ziehen? Genauso ist es mit dem Spielmaterial. Dann präsentiert ihr das Spielmaterial. Aha. Da gibt's Schiffe. Da gibt's irgendwelche Rohstoffmarker. Es gibt kleine braune Miepel. Was machen die? Es gibt Gebäude. Wie könnte dieses Spiel funktionieren? Ah, dann lege ich es auf die andere Seite. Gut. Okay. Genau. Und erst wenn ihr gemeinsam so dieses Spiel entdeckt habt, dann könnt ihr anfangen die Regeln zu klären. Nicht Spiel, los geht's, wir erklären die Regeln. Aus meiner Sicht geht das viel zu schnell. Die Schülerinnen und Schüler müssen genauso in dem Spiel ankommen, wie ihr auch. Ja. Dann kommt das Herzstück vielleicht der ganzen Sache. Die Spieldurchführung. Ihr macht das ja auch ein bisschen, um mit den Schülerinnen und Schülern zu spielen. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Oft bleibt es nicht dabei, dass das Spiel einmal gespielt wird. Das ist unmöglich. Beim ersten Mal haben die das garantiert nicht verstanden, machen haufenweise Fehler. Man muss es mindestens zwei-, drei-, viermal spielen. Das dauert bei Puerto Rico schon ganz schön lange. Aber wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, sollte man sich die Zeit auch wirklich nehmen. So ist zumindest meine Sicht. Genau. Also man kann denen auch verschiedene Aufgabenstellungen dazu geben. Dass sie sich vorher eine taktische Einstellung geben. Dass sie überlegen, was mache ich heute? Dass sie sich genau beobachten. Was habe ich denn heute gemacht? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Ja. Für manche ist es vielleicht dann doch nicht das Richtige. Dann könntet ihr für die auch noch eine extra Aufgabe bereithalten. Dass sie sich inhaltlich mit dem Themenbereich des Spiels auseinandersetzen. Falls jemand überhaupt keinen Bock zum Spielen hat. Wir wollen ja auch keinen zwingen. Stichwort Differenzierung. Und zum Schluss. Danach habe ich schon gesagt, ganz wichtig ist eine Nachbereitung. Und da sind eigentlich eurer Kreativität überhaupt keine Grenzen gelassen. Ihr könntet ja Rezensionen schreiben lassen. Ihr könnt das inhaltlich mit einer Erörterung ja nachbearbeiten. Ihr könnt einen Podcast machen. Ihr könnt Spielmaterial selber entwickeln lassen. Zu dem Spiel Textura zum Beispiel. Was die Narrativität im Geschichtsunterricht ja fördert, haben wir unser eigenes Set dazu gebaut. Zum Beispiel gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern jede Stunde eine neue Karte. Und so hat uns das durch die Lerneinheit begleitet. Genau. Falls ihr das nicht kennt, guckt euch das unbedingt mal an. Das ist wirklich sehr gut. Ja. Textura heißt das. Jetzt war ich aber nicht dran. Textura heißt das. Genau. Von Daniel Bernsen. Der ist auch hier. Der ist der Nächste. Genau. Also wenn es euch interessiert, dann bleibt gerne noch. Ja. Gut. Genau. Günstig ist es auch immer, so ist es zumindest meine Erfahrung, irgendwie ein Regelvideo dazu zur Verfügung zu stellen oder die Regel nochmal leichter auf einem A4-Blatt zusammenzufassen. So können, falls Regelfragen bestehen, seid nicht immer ihr der andere Sparte, sondern die Schülerinnen und Schüler können selbstständig nochmal nachgucken. Also wir haben einen Klassensatz Tablets, dann funktioniert das einfach, dann scannen die das, springen über die Timestamps an die richtige Stelle und finden dort die Möglichkeit. Okay. Zwei Best-Practice-Beispiele, die ich noch kurz nennen möchte. Ich weiß, langsam gehe ich euch auf die Nerven, aber das Spiel Puerto Rico hat in meinem Unterricht einen festen Platz, weil es einfach kein Spiel gibt, was die zugegebenermaßen traurige Kolonialgeschichte so authentisch darstellt wie dieses Spiel. Da ist jetzt eine Neuauflage erschienen, Puerto Rico 1897. Schaut euch das mal an und entscheidet für euch selbst, ob das das Spiel besser macht oder nicht. Es soll ja das ganze Kolonialthema anders darstellen, sage ich mal. Aber genau, dazu behalte ich meine Meinung für mich. Anderes Beispiel. Das Thema Falksen habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt, ist von dem Michael Wibirek, der mir erlaubt hat, das für meine Schüler nachzubauen und auch bereitzustellen. Das Material ist wirklich ein total geniales Spiel. Vom Prinzip her total easy. In der Mitte liegen, wie ihr das oben schon seht, eine Anzahl von Würfeln, bunte und schwarze. Und die bunten werden gewürfelt, sodass dann die Würfel gewürfelt in der Mitte liegen. Und dann bekommt der aktive Spieler die beiden schwarzen Würfel. Ist jetzt ein Spiel für den Matheunterricht, kann man aber auch woanders einsetzen. Warum? Mit dem ersten Würfel nehme ich mir einen Würfel mit der gleichen Augenzahl aus der Mitte. So sammelt man nach und nach viele Würfel und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt logischerweise. Mit dem zweiten Würfel löse ich je nach Augenzahl des Würfels eine Aktion aus. Ich nehme mir einen Würfel aus der Mitte. Ich klaue einem Mitspieler einen Würfel und so weiter. Ich werfe Würfel neu oder tausche Würfel. Der Teufel steckt wirklich im Detail. Da sind schon Freundschaften an die Belastungsgrenze gekommen. Also die soziale Komponente bei diesem Spiel darf man tatsächlich wirklich nicht unterschätzen. Die Schülerinnen und Schüler müssen unterscheiden, wer vor ihnen sitzt ihre beste Freundin oder das Spieler-Ich der besten Freundin. Gerade gestern, ich habe es mit meiner Klasse wieder gespielt, da die eine hat gesagt, es tut mir leid, das kann ich nicht noch mal spielen, ich kann das nicht differenzieren. Es passiert ja gleich noch was, wenn wir jetzt weiter spielen. Aber auch das muss man lernen. Und noch dazu kommt Kopfrechnen, Regelbewusstsein, was mache ich mit den Würfeln, was ist der erste, was ist der zweite Würfel und so weiter. Also schaut euch das gerne mal an, ihr braucht eigentlich nichts weiter als diese Übersichten, die es auf meinem YouTube-Kanal gibt und haufenweise Würfel, die man vielleicht noch irgendwo bekommen kann. Kommen wir nochmal auf das Thema Rechtfertigung zurück, ganz zum Schluss. Ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen. Ihr braucht euch eigentlich überhaupt nicht rechtfertigen. Der Musiklehrer rechtfertigt sich nicht fürs Singen. Der Mathelehrer findet es nicht komisch, wenn im Unterricht gerechnet wird. Und ja, Brettspiele stehen für fächerverbindenden, praktischen und differenzierten Unterricht, der die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler so sehr einholt, dass sie oft gar nicht merken, was sie alles gelernt haben. Was könnte es Schöneres geben? Kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, versuchen das nochmal mit der akustischen Einpunktabfrage. Freut ihr euch darauf, Brettspiele im Unterricht einzusetzen? Ja! Dann seid kreativ und bringt ein bisschen Zeit mit. Ich wünsche euch alles Gute und wunderschöne Spielerfahrungen mit Kindern und Jugendlichen. Herr Hildebrandt, die hat mich rausgewürfelt. Die ist fies zu mir. Vielen, vielen Dank. So ungefähr, genau. Zur Lernergebnissicherung. Gibt es Fragen? Ja. Praktische Fragen. Du hast gesagt, ob ihr jetzt ein Spiel spielt oder mit der ganzen Lerngruppe. Ich habe 28 Schüler an der Grundschule. Bezahlst du die Spiele selber oder gibt es ein Budget von der Schule? Also, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich bezahle die Spiele nicht selber. Das ist ein großes Problem und das ist mir total bewusst und ich bin da in einer sehr luxuriösen Situation, dass es im Freistaat Sachsen ein Budget für Ganztagsangebote gibt im Nachmittagsbereich. Formal ist mein Brettspielangebot ein Nachmittagsangebot. Und über diese Schiene ist es möglich, genügend Spiele zu kaufen. Falls es das bei euch auch gibt, solltet ihr euch mal kundig machen, ob ihr das vielleicht an eurer Schule installieren könnt. Ansonsten vielleicht über den Schulhaushalt, weiß ich nicht. Oder Förderverein, genau. Vielleicht kann ich da auch ganz kurz noch einen Tipp geben. Da gibt es auch den Verein Spielen macht Schule und ich habe schon zweimal für die Schulen da Spiele quasi gewonnen. Da muss man Begründungen schreiben. Auf der Internetseite findet man da mehr. Danke. 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 Es gibt übrigens, glaube ich online auch immer noch einen Vortrag von Spielen macht Schule vom letzten Educator. Ja. Die war nämlich vor drei Jahren hier. Kann man sich auch nochmal angucken. Bitte. Mich würde interessieren, wie du das deiner Schulleitung vermittelt hast, das ab jetzt gespielt wird. Das würde mich interessieren. Das ist für mich persönlich jetzt eine große Schwierigkeit, glaube ich, so in der Praxis, das wirklich so zu vermitteln, dass das sinnvoll ist und auch das Lernen halt da. Also ich war da zunächst ganz pragmatisch und habe es einfach gemacht. Zunächst mit privaten Spielen und habe dann die Schulleitung eingeladen, einfach mal in so eine Unterrichtsstunde zu hospitieren. Habe natürlich das Spiel mit denen schon vorher geübt, sodass die das auch konnten und nicht groß, also ein bisschen Cheating. Genau. Und dann waren die total begeistert, wie gut das funktioniert und seitdem gab es ja nur sehr selten Rückfragen dazu. Ich habe eine Frage und zwar, ich stelle mir gerade meine achte Klasse vor. Ich habe da zwei Stingstiefel drin sitzen. Also die Kollegen kennen solche Schüler, die einfach unheimlich Freude daran haben, allen anderen Schülern das Spielen zu verderben. Also es gibt solche Kinder, mit welchem Rucksack die auch immer in die Schule kommen. Wie gehst du damit um? Ich versuche Spiele auszuwählen, bei denen es einen Spielleiter gibt und gebe denen genau diese Spielleiter Aufgabe. Und dann sind die beschäftigt, fühlen sich total wichtig und vielleicht hat man so die Möglichkeit, dass sie weniger stören. Meine Frage ist, wenn es jetzt um den Einsatz im Regelunterricht geht, in was für einem Ausmaß? Was reden wir da jetzt, wenn man sagt, man macht das regelmäßig? Oder jetzt in deinem Fall? Das kommt total auf die Klasse an. Natürlich geht es, wie schon angesprochen, mit manchen Klassen besser, mit manchen Klassen weniger. Es kommt auch auf das Ziel an, was man damit verfolgt. So ein Einsatz von Puerto Rico dauert schon mal drei, vier Wochen. Dann machen wir drei, vier Wochen nichts anderes. Dann hofft man, dass man eine Doppelstunde hat und dann muss man vorher das Spiel auch schon aufbauen, weil es dauert ja auch eine Weile. Und gerade wenn die auch noch eine Aufgabe dazu haben, dauert es ein bisschen. Auf der anderen Seite, so ein Spiel Falksen zum Beispiel, das dauert ungefähr 20, 25 Minuten. Das kann man auch mal als Belohnung einsetzen, wenn die Schülerinnen und Schüler sehr gut gearbeitet haben. Und dann sind es nur einzelne, punktuelle Einsätze. Das kommt wirklich ganz auf das Ziel an, was ich mit dem Einsatz des Spiels verfolge. Kann man jetzt so nicht sagen. Es schwankt, wie gesagt, zwischen 25 Minuten und vier Wochen. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, wenn man so ein größeres Spiel hat, da war ja gerade dann noch die Auflistung, wie man das so am Essen macht. Ja. Das hat sich für mich jetzt, wie gerade schon gesagt, so eher nach einem Wochenplan angehört. Und wenn man dann jetzt sagt, okay, am Ende machen wir noch eine Erörterung über Regeln oder sonst was, dann geht ja schon der klassisch schulische Teil sehr in den Hintergrund. Oder nicht? Das kommt darauf an, welches Ziel ich damit verfolge. Also, ja, bis ich zum Spielen komme, ja, also in der Regel sind die ersten vier Punkte, brauche ich dafür eine Unterrichtsstunde. Dann habe ich die Regeln erklärt und dann können wir in der nächsten Stunde, gibt es nochmal eine kurze Auffrischung und dann kann ich anfangen zu spielen. Das ist die Frage, was man als klassisch schulischen Teil dabei betrachtet. Im Fall von Puerto Rico zum Beispiel kann man ja super nachvollziehen, wie sind die Organisationswege dort? Was passiert da? Ich muss es herstellen, ich muss es verschiffen. Dann kommen die neuen Arbeiter, klassischer Dreieckshandel. Das ist aus meiner Sicht der schulische Teil total erfüllt, weil die Schülerinnen und Schüler erkennen, okay, hier wird der Dreieckshandel nachgebaut. Und wenn ich am Ende eine Erörterung schreibe oder das mit in der Klasse als Standpunktrede nacharbeite und die ihren Standpunkt darstellen müssen, handelt es sich um die Darstellung von Kolonialismus oder nicht, ist der schulische Teil auch erfüllt. Und da habe ich es schon gehabt von, ja, das ist mir total egal, bis dahin spiele ich nie wieder. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren, das nachzuspielen. Das kommt ganz auf die Lerngruppe an. Und jetzt im Teil, man muss ja auch, ich denke jetzt weiter, man muss ja auch so ein bisschen auf Klausuren vorbereiten und auf Abgabprüfung. Und wenn ich jetzt vier, also sagen wir jetzt mal das Teil, vier Unterrichtsstunden muss ich schon damit mit den ersten vier Punkten blocken. Das ist ja eine Woche, wenn man Glück hat. Nee, die ersten vier Punkte eine Unterrichtsstunde. Ach so, die ersten vier Punkte eine. Genau. Okay, aber trotzdem, am Ende die Klausur zu schreiben, was man immer von Klausuren hält, aber am Ende die Klausur ist ja die Vorbereitung praktisch auf Abitur und sonst was. Und das kommt doch schon bis, also... Ich würde in diesem Fall das Ganze dann nochmal in einer Merkübersicht zusammenfassen. Das könnte auch eine Nachbearbeitung sein davon. Dann steht auch was im Hefte, was man auswendig lernen kann. Und ich würde den Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem Spiel auch, kann man auch in der Note zusammenfassen. Gibt es irgendwie von dir oder in deinem Dunstkreis so eine Bemühung, sich zu vernetzen, dass man sagt so, hey, das Thema XY in dem Fach habe ich mit diesem Spiel erarbeitet? Ähm, das ist eine gute Idee. Nein, gibt es noch nicht. Aber du kannst mich gerne mal anschreiben, dass man dann gemeinsam versucht, dass... Ja, ich weiß aus der Community bei Instagram, dass ganz viele dazu immer wieder Beiträge erstellen. Aber es wird an keiner Stelle tatsächlich richtig gesammelt, was eigentlich sehr schade ist. Ja. Das sollte man mal tun. Da hinten war noch eine Frage, glaube ich. Falls wir die Zeit noch haben. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nur gemeint, man könnte doch parallel das Brettspielelehrerzimmer auf Twitter eröffnen. Ja. Wäre eine Variante. Jetzt bin ich nicht bei Twitter. Aber das kann sich ja noch ändern. Aber die Idee ist gut. Irgendjemand muss einen Anfang machen. Demnächst also im Handel Materialien für den Unterricht Brettspiele. Genau. Wunderbar. Wir danken Stephan Hildebrandt für den Beitrag. Sehr gerne. Applaus 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 Applaus